Best for Soil, ein internationales Netzwerk zur Förderung von vier bewährten Praktiken für die Bodengesundheit in Europa. Hallo, ich bin Saskia. Gemeinsam mit Kollegen aus acht Ländern bauen wir ein Netzwerk zum Wissensaustausch über Bodengesundheit auf. Wie wir das tun und welche Massnahmen Sie ergreifen können, um einen gesunden Boden zu erhalten und zu verbessern, sehen Sie in diesem Video. Best for Soil ist Teil der Europäischen Innovationspartnerschaft für die Landwirtschaft, EIP Agri. Für Best for Soil sammeln Forscher, Landwirte und Berater aus 20 europäischen Ländern das Wissen über bodenbedingte Krankheiten und Schädlinge und formulieren bewährte Verfahren zur Erhaltung und Verbesserung der Bodengesundheit und Fruchtbarkeit. Best for Soil hilft Praktikern erstens durch Bereitstellung von Datenbanken mit bodenbürtigen Krankheitserregern und Nematoden, die sich auf Kulturpflanzen auswirken und zweitens durch den Austausch bewährter Methoden, um diese zu bekämpfen. Alle Informationen werden in 22 europäischen Sprachen zur Verfügung gestellt. Zusammen bilden sie eine Sammlung von Ansätzen zur Verbesserung der Bodengesundheit. Bodengesundheit ist die Fähigkeit eines Bodens, mit Krankheiten und Schädlingen umzugehen, den Schädlingsbefall so niedrig zu halten, dass die Pflanzen keinen Schaden erleiden. Intensive Bewirtschaftung über einen längeren Zeitraum setzt der Bodengesundheit zu und in Verbindung mit den zunehmenden Einschränkungen bei der Verwendung synthetischer Pestizide besteht ein dringender Bedarf an alternativen Methoden zur Bewältigung und Minimierung der Auswirkungen bodenbürtiger Krankheiten. Durch die Optimierung der Fruchtfolge und die Umsetzung bestimmter Bewirtschaftungsmethoden wird die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass bodenbürtige Krankheiten die wirtschaftliche Schadschwelle erreichen oder überhaupt erst auftreten. Die Best-for-Säule-Datenbanken und Hilfsmittel zur Entscheidungsunterstützung helfen den einzelnen Landwirten, eine Fruchtfolge zu planen und bewährte Methoden für einen gesunden Boden einzusetzen. Bewährte Methoden zum Aufbau und Erhalt eines gesunden Bodens beinhalten die Ausbringung von Kompost- oder organischen Bodenhilfsstoffen sowie den Anbau von Winterbegrünungen oder Zwischenfrüchten. Diese Maßnahmen können den Ertrag steigern, die Bodengesundheit verbessern, den Humusgehalt im Boden erhöhen sowie den Krankheitsdruck verringern oder deren Auftreten überhaupt verhindern. Andere Ansätze wie anaerobe Bodenentzeugung und Biosolarisation können verwendet werden, um Ausbrüche von Krankheitserregern und Nematoden zu bekämpfen, während gleichzeitig ein gesunder Boden erhalten bleibt. Alle Informationen können über die Best-for-Säule-Website aufgerufen werden, auf Datenbanken mit freiem Zugang, einem Blog, Videoanleitungen und Informationsblättern. Jeder Landwirt und Gärtner kann sofort damit beginnen, geeignete Fruchtfolgen und innovative Strategien zur Bekämpfung von Krankheitserregern im Boden und zur Verbesserung der Bodengesundheit umzusetzen. Best-for-Soil-Vermittler unterstützen Landwirte und Gärtner in 20 Ländern bei Informationsveranstaltungen oder regionalen Konferenzen. Auf Anfrage können Sie Workshops für lokale Gruppen organisieren, um mehr über bestimmte, von Best-for-Säule unterstützte Themen zu erfahren. Bekämpfung von Krankheitserregern 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 Bekämpfung von Krankheitserregern